Für über 1,5 Milliarden Muslime stellt der Koran das zuletzt offenbarte Wort Gottes und die wichtigste Quelle ihres Glaubens dar. Für viele Nicht-Muslime jedoch bleibt der Koran ein Rätsel. Was wissen sie über das Buch, das Leben und ewiges Schicksal von über einem Viertel der Weltbevölkerung gestaltet? Möchtest du deinen Freunden und Bekannten ein Buch über den Koran schenken, welches Inhalt, Botschaft und Wunder des Koran auf eine spirituelle und rationale Weise erläutert? Mit Vergnügen stellen wir unser brandneues Buch vor, die ewige Herausforderung, eine Reise durch die Wunder des Koran. Dieses Buch verdeutlicht, warum der Koran Herz und Geist vieler Muslime gefesselt hat. Sowohl an Muslime, als auch an Nicht-Muslime gerichtet, ist dieses Buch in einem Stil geschrieben, der keine Vorkenntnisse zum Thema Islam voraussetzt. Es schildert die Lehren des Koran, untersucht seine Hauptthemen und arbeitet triftige Gründe heraus, warum es sich dabei um das Wort Gottes handelt. Mit deiner Unterstützung können wir die Botschaft des Koran in einem einzigartigen und überzeugenden Stil verkünden. Besuche uns auf www.wasglaubstu.at und spende jetzt! Und Sie sind auf den Harvey Säde berühmt, wenn Sie sich dabei um das Wort an humming data sie vertreiben,